So und damit, hallo und herzlich willkommen wieder zu diesem Video. Das ist wieder ein kleiner Zusammenschnitt, da ihr wirklich so aktiv beim letzten Video wart. Als kleines Dankeschön, Dankeschön an euch, dass ihr so aktiv auf dem letzten Video wart. Ich hoffe, das bleibt so, denn das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Denn da haben wir 26 Likes geschafft und 0 Dislikes. Das ist wirklich eine richtig gute Quote. Dankeschön dafür und falls ihr diesen Zusammenschnitt auch wieder feiert, lasst auch gerne wieder eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann, schaut euch diesen Zusammenschnitt an, der ist auch ganz witzig geworden. Bis dann, ciao. Spaß. Spaß. Wie machst du denn das nochmal, dass man die Reifen so hoch macht von? SRG und Shift. Nein, wenn jemand einen Punkt rübergeflogen, Mann. Umdrehen. Ja. Hi, wo bist du? Ich bin dann dran vorbeigefallen. GG. Oh Gott. Oh Gott. Baum, Junge, Alter. Wie die das Motorrad verzogen hat und dann voll gegen Baum, ihr ballert, ey. Verdient. Nee. Ey, die Strecke ist aber mega cool. Ja, genau. Hui. Voll vorbei. Und nochmal hingepackt, schön. Nice. Ja, geil. Und nochmal hingepackt, warum nicht, ey. Oh Gott, das ist ein Stoßholz. Ey, wir kommen schon, Mann. Oh Gott, was ist das denn? LOL, die bewegen sich. LOL. Das waren meine Polierdinger, die sich bewegen. Die wollen ich einfach runterhauen. Ach, die Dinger, ja, ja, die bewegen sich. Ai, ai, gegen Baumöl fahren erstmal dabei. Nice. So muss das. Alter, wie weit bist du denn vorne, Mann? LOL, da kommt ein Zug. What the fuck, auf den Zug fahren, wie geil ist das gemacht, Mann? Ja. Wie du einfach immer... Oh, ich mache auch immer so einen Fehler. Immer noch so weit vorne bist, Mann. Ich mache ja keine scheiß Fehler, so wie du. Wie viele Runden sind das? Was hast du gerade gesagt? Wie viele Runden das sind? Was hast du gerade gesagt? Wie viele Runden wir fahren müssen? Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh, großer Sprung. Ja, Mann. Kann ich wenigstens ein bisschen gleiten. Wuhu. Hui. Bisschen zur falschen Seite, aber schön im Wasser gelandet. GG. Nein. Okay. Bist du im Wasser gelandet? Ja. Okay. Okay, zwei Runden sind es. Nein. Hui. Easy Trick, Alter. Aber easy, oder? Was für ein Trick? Schön in der Luft, mit so ganz komischem Dreh, ey. Holy. Okay. Nein, ich dachte, ich bin falsch gefahren, aber ich bin nicht. Alter, wie weit du vorne bist, Mann! Wie weit denn? Siehst du das? Ja, guck doch mal auf der Karte, Mann. Und ich mach die ganze Zeit Fehler! Was machst du denn, Mann? Ich hasse mein Leben. Ich war gerade den letzten Rotz zusammen. Ich merk's. So kennt man dich. Spaß. Alles nur ein Joke. Alles nur Aparade. Oh Gott. Mann, wie falsch! Das ist doch nicht mehr normal, Mann! Das ist ja wirklich schlimm, wie ich gerade fahre, ey. Da schäm ich mich mir echt, ey. Okay. So schlimm? Ja, aber richtig. Doch, ein Witz. Würde ich jetzt halt sagen. Alter, dieser Sprung war gut. Und der Baum ist im Weg. Perfekt, nice. Hallo? Lass mich... Nein! Jetzt klemme ich hier fest, ey. Hans, für nichts was. Doch, für deine Hässlichkeit. Oh! Wieso kannst du dir was verführen? Halt dir so auf deine Fresse geschlagen ab. Ja, oh! Vielleicht war das denn. War ne coole Map. Ich hab mich bloß gestreckt. Lass mich mal in die Ruhe, ey. Lass dich gewinnen, so sieht's aus. Hui! Hi! Meiner überschlägt sich egal, wo ich hinlenke. Einmal kurz antippeln, das bringt nichts. Er macht's schon wieder. Hast du auf OK drückt beim Umstellen? Ja. Hui! Easy. So, jetzt werde ich dich aber schön abzummen, mein Lieber. Hehehehe. Mutter muss dich nie lenken in der Luft. Hui! 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 Und schon wieder so'n easy-trick. Hehehe. Hast du den Punkt? Nein! Hahaha! Hahaha! Da ist selbstmord vergangen! Hahaha! Hahaha! Alter, was assi von mir, ey! Ah! Herrlich! Hi! Na! Na! Hi! Hi! Hallo! Hallo! Hi! Hallo! Piss dich! Hahaha! Hi! Wuhuuu! Gott, ey! Yeah! Das macht ja so viel Spaß, Mann! Ja und wie! Wuhuuu! Richtig viel Spaß! Und gleiten! Oh Gott, ich flieg viel zu weit rechts! Huiuuu! Uuuu! Richtig! Uuuu! Er hat bei mir bis zu mir noch nicht gelandet. Ne, ich flieg gerade runter. Hahaha! Du bist hier Feuerwerk am Boden! Alter, das war cool! Was denn? So, ich mach zuerst, ich geh zuerst nach vorne im Flug, dann nach hinten und land mit einem Wheelie! Ok! GG! Uuuu! Ich weiß schon, wo ich viele Drehungen einbauen werde! Haha! Gott! Von Bild her sah rein und so! Uuuu! Zum Beispiel! Oder bei Sonne! Runtergefallen? Ich bin knapp nicht hier gerade runtergefallen! Sehr gut! Drecks fucking Kameraeinstellung! Ich weiß vielleicht, was ist denn scheiße! Und Frontflip! Du hattet recht! Perfekt, ne! Perfekt ist gekommen, Alter! Mit Rückwärts-Kamera vorwärts fahren, genau! Easy durch! Ja, komm! Das war so klar! What the f... Hahaha! Bei mir ist ganz genau alles herunten gewesen! So einfach nur lächerlich! Du bist lächerlich! Meine Mutter ist lächerlich! Freue ich sie auch! Kannst du gerne sagen! Hahaha! Sie ist so alt wie eine Kuh! Hahaha! Sieht jetzt keiner außer du! Ja! Insider! Insider einfach nur! Ich sag dazu nur schnell! Hahaha! Kannst du mir am trotzdem sagen? Hahaha! Ich zeig dir das Video! Ich blend das einfach ein, ey! Hahaha! Verdient! Hahaha! Hahaha! Ich lasse mal diese Scheiße wieder in die Röhre! Wow! Fast voll überdreht, ey! Und gleiten! Woohoo! Easy! Nice! Die Röhre ist unnötig! Nein! 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 Ich bin doch endlich, oder? Ja, nice! Woohoo! 25, 50 und 25 RP zusammen auf einem Fleck gewesen! Ich konnte da nichts lesen! Nice! Woohoo! Und da vorne ist er zielt! Ich bin wieder auf dem Ziel! Ich bin wieder ein Röger! Ich bin ein Röger! Und ich... Ich bin... Ich bin der Champion! Okay! Und du bist ein... Loser! Okay! Okay! Ich bin Loser! Nachdem ich das Schneiden endlich fertig habe, kommt ja auch das Ende jetzt schon hinten ran. Ähm... Ihr seht ja, ich hab jetzt extra nochmal die Beleuchtung angemacht. Denn es ist schon ein bisschen Zeitwerk, wieder. Äh... Ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Hoffentlich schafft man wieder die 20 Likes. So würde mich auf jeden Fall motivieren. Wir sehen uns dann! Bis dann! Ciao! Ciao! besten Coát ok